Hallo und herzlich willkommen. Wir haben Platz. Mit diesem Motto hat nicht nur die grünen Chefin Ricarda Lang bis vor kurzem für noch mehr Migration geworben. Dabei ist die Realität eine ganz andere. Wohnungsmangel, wohin man schaut, überforderte Kommunen und immer neue, irre Vorgaben, wie kürzlich hier in Berlin. Pro im Haushalt lebende Person soll man in Zukunft nur noch ein Zimmer mieten dürfen. Über die Folgen des Wohnungsmangels spreche ich heute mit dem stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Münzenmaier und Roger Beckkamp. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Herr Münzenmaier, was sind die Gründe für die konkrete Wohnungsnot in Deutschland? Ui, da könnten wir weit ausholen. Also zum einen muss man sagen, gibt es so ein paar Faktoren, die die Bundesregierung mittelbar beeinflussen kann. Wir haben einen extremen Zinsanstieg, wo man versucht, die Inflation wieder in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich auch ein Argument dafür, dass momentan weniger gebaut wird, dass Baugenehmungen zurückgenommen werden und so weiter und so fort. Wir haben eine extreme Verteuerung des Bauens und da ist natürlich auch die Bundesregierung mittelbar verantwortlich, weil man mit diesem CO2-Wahnsinn, mit dem Klimawahnsinn immer mehr Auflagen schafft, einen Dämmwahn verursacht. Und es sorgt natürlich letztendlich dafür, dass Bauen teurer wird. Wenn Bauen teurer wird, wird weniger gebaut, zweitens wird Wohnen teurer. Und so verknappe ich das Ganze natürlich auf der Angebotsseite. Wie mir sicher der Kollege Roger sagt. Ich kann es deutlich kürzer sagen, als der FDP spreche ich vom Kollegen Münzenmaier. Letztlich ist die Wohnungsnot die unmittelbare Folge der Masseneinwanderung. Es gibt millionenfache Einwanderung, das führt zu einer millionenfachen Nachfrage und entsprechend braucht man Wohnraum. So einfach ist es ehrlich gesagt. Du hast das ein bisschen differenzierter gesagt, weil du von der Angebotsseite gesprochen hast. Natürlich braucht man auch Angebot, wenn man halt irgendwie Nachfrage hat. Aber erstmal haben wir wahnsinnig viel Nachfrage ins Land gelassen und geholt. Das führt dann eben zu einer großen Nachfrage. Dem steht kein Angebot gegenüber. Also steigen die Preise, viele Leute finden keine Wohnung. Und es gibt einfache Lösungen, ehrlich gesagt. Die Lösung wäre? Also die Lösung wäre in der Tat, wenn man nur eine Lösung benennen sollte, wäre meine Lösung, ich glaube du bist da durchaus ähnlich aufgestellt, dass wir darüber sprechen, dass wir Millionen Menschen, die in unser Land gekommen sind, aus den verschiedensten Gründen, die wenigsten für wirklich Schutz, dass wir sie nach Hause schicken und sagen, eure Heimat braucht euch und unser Wohnungsmarkt wird entspannt. Also ich will den Spannungsbogen nicht zu früh absenken, aber das ist ehrlich gesagt einer der Kernpunkte, aber wir können uns natürlich auch sehr deutlich darüber unterhalten, wie das funktionieren soll. Und deswegen nutzen wir als Arbeitskreis ja auch regelmäßig unsere zwei Hauptlinien, die wir vertreten, wir sagen Abschieben schafft Wohnraum. Das ist eine ganz einfache Formel, das ist auch nicht irgendwie kompliziert, weil jeder, der hier ist, ganz egal ob rechtmäßig oder unrechtmäßig, der belegt eine Bude. Der braucht ein Dach über dem Kopf. Und wenn wir die alle abschieben, wenn die alle nicht mehr da sind, dann werden Wohnungen frei. Also es ist relativ einfach. Und ich darf Sebastian Münzenmaier zitieren, Deutschland hat Eigenbedarf. So einfach ist es ehrlich gesagt auch. Also viele, viele Menschen brauchen eine Wohnung. Das hat auch damit zu tun, dass wir als Gesellschaft leider immer mehr vereinzeln, also atomisieren. Wenn wir mal zurückblicken, hatten wir vor mehreren Jahrzehnten eher drei, vier, fünf Köpfe pro Haushalt, also eine Familie. Und wir haben heutzutage, gerade in Großstädten, teilweise 75 Prozent, Köln-Düsseldorf, 75 Prozent Ein- und Zweipersonenhaushalt. Das heißt, man braucht insgesamt mehr Fläche pro Kopf. Das ist ein Riesenproblem. Werden wir so schnell nicht lösen, wie natürlich schon mit unserer Kinderschar. Aber jedenfalls insgesamt ist das ein langer Prozess. Aber was einfach wäre, ist Leute nicht ins Land lassen und Millionen abschieben. Freundlich abschieben. Freundlich abschieben. Jetzt ist es aber so, es wird quasi nichts abgeschoben. Und wenn wir mal schauen, 2015 die Grenzöffnung, eine riesige Einwanderungswelle, der Ukraine-Krieg und jetzt die täglichen Bilder aus Lampedusa. Wie ist es denn, wenn wir jetzt eigentlich schon gar keinen Platz mehr haben? Wo sollen diese Leute dann hin? Also es gäbe ja schon noch einzelne Ideen, wo sie hin sollen. So ist es ja nicht. Also wir haben 736 Abgeordnete im Bundestag, davon natürlich auch einige, viel zu wenig leider. Derzeit, das erinnert sich bald, AfD. Aber die ganzen anderen, von ganz links bis Mitte links, also CDU, die haben Platz zu Hause. Richtig. Ganz populistisch gesagt, kann man mal fragen, was machen die denn selber konkret? Welches Handeln lassen sie ihren Worten denn folgen? Welchen Wohnungen wohnen die denn? In welchen Liegenschaften? Wie viele Wohnungen haben die denn in Berlin und sonst wo? Also diejenigen, die wirklich dazu aufrufen, Refugees welcome, hier habt ihr, also von Münzenmaier, Helferich Beckham, gibt es ein Formular, das teilen wir gerne. Trag ein, wie viel nimmst du, von wann bis wann, Kosten trägst du selber. Es kann so einfach sein. Und ganz kurz noch, aber das ist genau der Unterschied, den wir immer wieder thematisieren. Es gibt gute Menschen, die kümmern sich irgendwie um Leute oder wenn wirklich jemand aus dem Krieg geflüchtet ist, das ist ja eine absolute Minderheit der jetzigen Menschen, die da sind. Aber wenn wirklich jemand aus dem Krieg zum Beispiel geflüchtet ist, dann ist der dankbar dafür, wenn er was zu essen kriegt, wenn er ein Dach über dem Kopf hat. Und dann gibt es Menschen, die kümmern sich um die und die meinen, das will ich ernst, das sind gute Menschen. Aber diese ganzen Schwafler hier, die ganzen Abgeordneten, die ganzen Bischöfe und wie sie alle heißen, die hauen in ihren riesen Buden, haben riesige Häuser, stecken Haufen Geld ein, fast alles staatlich finanziert. Aber selber tun sie eben gar nichts, außer große Reden schwingen. Also jeder, der am Bahnhof steht und klatscht und jeder, der schreit, wir haben Platz, der soll doch mal mit gutem Beispiel vorangehen. Der soll mal das Gästezimmer freiräumen, der soll mal das Wohnzimmer teilen, der kann doch mal selbst ein Zeichen setzen, ob er es denn ernst meint oder nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass von den hier anwesenden MDBs, die da im Deutschen Bundestag sitzen, dass kein einziger tatsächlich mal gesagt hat, wir machen richtig viel und wir nehmen richtig viel privat aus, wir zahlen für die, wir versorgen die und wir leben dann auch mit allen Konsequenzen, die das im Zweifel hat. Stattdessen wollen ja gerade diese Abgeordneten noch mehr Zuwanderung, weil sie immer sagen, wir haben einen Fachkräftemangel und da ist die einzige Lösung für diese Abgeordneten die Zuwanderung. Da wissen wir jetzt auch seit einigen Tagen, wieso das alles so ist. Wir haben nämlich Frau Geibitz, also unsere Ministerin, gerade im Ausschuss gehabt vor wenigen Tagen und durften ihr ein paar Fragen stellen, das haben wir auch getan und haben eben immer nachgefragt, ob da irgendein Zusammenhang bestünde zwischen Wohnungsnot und der millionenfachen Zuwanderung. So ganz lässt sie sich nicht darauf ein, sie sagt ja ein Stück weit, Zitat, Stück weit hat wohl Angebot mit Nachfrage irgendwie was zu tun, ein bisschen was zu tun, aber wir sollten ja froh sein, dass so viele Menschen zu uns kommen, weil die bauen ja auch unsere Wohnungen. Genau. Zitat Ende. Also ich weiß nicht genau, was sie gemeint hat, aber ich glaube, sie hat gemeint, dass wir millionenfach Bauarbeiter, Ingenieure und sonst was ins Land holen, die jetzt Wohnungen bauen für uns oder für wen. Also korrekt nicht. Ja, ne, ist völlig korrekt. Also das ist ja Irrsinn. Wir hatten in 2022 eine Netto-Zuwanderung von 1,67 Millionen Menschen. Netto offizielle Zahlen, nichts Illegales oder sonst was. 1,67 Millionen. Ja, das ist ja wohl logisch, dass dann, wenn ich eh schon eine Wohnungsnot habe, einen Wohnungsmangel, dass es dann nicht mehr reicht. Das ist Wahnsinn. Und die Prioritätensetzung der Parteien ist da sehr interessant. Also er hat es gerade angesprochen, wir hatten Geibitz, also die Ministerin im Ausschuss und es gab ja von allen Fraktionen dann Nachfragen zur aktuellen Situation, was bewegt die Leute da draußen am meisten. Und die SPD hat nachgefragt, wann man sich denn endlich um die feministische Stadtplanung kümmern würde. Weil Frauen und andere, das ist ein Zitat, Frauen und andere marginalisierte Gruppen, für die werden Städte ja gar nicht gebaut. Und es wird jetzt Zeit, dass man eine andere Stadtplanung bevorzugt. Also es ist absoluter Wahnsinn, in welcher Blase die leben, in welchen Elfenbeinturm. Die Leute haben draußen keine Wohnung mehr, die können sich das nicht mehr leisten. Wir haben eine Massenmigration, die die deutschen Städte überrennen. Und da sitzt ein junges Mädchen von der SPD-Fraktion, ich glaube die jüngste Abgeordnete ist es sogar, die Emily Fons, und spricht davon, dass wir jetzt endlich mal über feministische Stadtplanung reden müssen. Also nur mal um zu zeigen, was beschäftigt die SPD, die früher für den klassischen Arbeiter eingetreten ist, für den ganz normalen Bürger da draußen. Die sind so weit weg vom Volk, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja nicht so streng, es war zumindest eine bemerkenswerte Schwerpunktsetzung, sagen wir es so. Es war auch amüsant. Das ist mal seltsam. Wenn es eigentlich nicht so traurig wäre, tatsächlich. Das ist aber ein ganz interessanter Punkt, diese Berliner Blase, weil hier wird sich eben das Problem schön geredet oder auch einfach weggeredet, das existiert de facto eigentlich gar nicht. Jetzt ist es aber so, dass die Wirklichkeit in den Kommunen ja ganz anders aussieht. Viele Kommunen sind völlig überfordert, die haben auch schon gemeldet, sie können keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Sogar das Berliner Landesamt für Flüchtlinge hat jetzt gesagt, es geht nicht mehr, wir haben wirklich keinen Platz mehr, warum werden diese Kommunen nicht gehört? Warum reagiert die Bundesregierung darauf nicht? Weil man dann zugeben müsste, dass es dann doch irgendwas mit Obergrenze geben muss und dass man eben dann doch irgendwann den Leuten erklären muss, dass wir schaffen, dass eine Lüge ist. Und auch wir haben Platz, eine Lüge ist, eine grün-linke Lüge. Und es wird aber wahrscheinlich sogar noch weitergehen, weil dann gibt es halt dann Belegung der Turnhallen mal wieder. Und dann werden Hotels angemietet, egal was sie kosten. Und, und, und. Und dann wird halt... Und der nächste Schritt ist dann eben, dass man sagt, naja, wie viel Quadratmeter pro Kopf braucht man überhaupt? Es gibt ja Forscher, die jetzt immer mal wieder so einen Vorstoß wagen, natürlich völlig unabgesprochen mit der etablierten Politik, die dann sagen, naja, das Problem ist ja eigentlich nicht die Zuwanderung, sondern das Problem ist, dass die Menschen zu viel Quadratmeter pro Kopf nutzen. Also zum Beispiel das Rentner-Ehepaar, die Kinder sind aus dem Haus, da haben die trotzdem noch 150 Quadratmeter Leben in ihrem Haus. Und dann müssen die da halt raus, müssen die halt ausziehen, kriegen irgendwo wo ganz anders eine Wohnung. Und diese Leute ignorieren völlig A, das geht nicht, das ist ein Eingriff ins Eigentum, wo sind wir denn hingekommen, solche Leuten einfach das Haus wegzunehmen? Und B, ein Haus oder eine Wohnung in einem Kiez oder in einem Stadtteil oder im Dorf, das ist ja mehr wie nur vier Wände, das ist ja ein Stück Heimat. Also da ist vielleicht der eigene Arzt um die Ecke, da sind Freunde in der Nähe, da ist mein Supermarkt und so weiter und so fort. Und man kann doch nicht Menschen, gerade im Rentenalter, einfach verpflanzen, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt da gehen, ihr kriegt am anderen Ende von Berlin irgendwas, gerade Berlin ist ja immer weit vorne mit solchen super Ideen, ja, weil wir brauchen jetzt Platz für irgendwelche neue über die Grenze gestolperten. Das kann doch nicht wahr sein. Faktisch migrationsverträgliches Enteignen der Leute. Darauf läuft es hinaus, weil ganz ehrlich, irgendwo ist in der Tat der nächste Schritt fällig. Und darauf läuft es hinaus. Und man kann aber ehrlich gesagt in der Berliner Blase auch relativ schnell Zugang zu normalen Leuten haben. Ich war gerade beim Friseur, ich hoffe, man sieht das, gerade eben, ich falle mir sehr gut. Und der Friseur, der in libanesischer Herkunft war, sprach von sich aus, was ihm alles gerade, ich habe ihn gar nicht animiert sozusagen, ihr wisst ja nicht, wer ich bin, und sprach von sich aus, was ihm alles auf den Keks geht hier in dem Land und abgesehen von Klimaklebern, dass halt diese Regierung nichts für die Deutschen tut. Er sagte selber, die tun doch nichts für ihre eigenen Leute. Er findet es völlig absurd. So einfach ist es. Ich habe ihn natürlich bestärkt und gesagt, naja, es wird nicht mehr so lange gehen. Bis daheim passiert noch einiges. Und der schuftet dafür Mindestlohn. Also, ich sage mal, Normalo auf der Straße weiß das. Und ich glaube, abgesehen von den Grünen, wissen das auch alle anderen im Bundestag. Nur, sie trauen sich ihm noch nicht, weil Medien noch irgendwie anders funktionieren. Und weil die CDU jedenfalls noch darauf hofft, mit den Grünen irgendwie ins Bettchen zu steigen. Und weil sie ihre eigene Lebenslüge enttarnen müssen. Und wer jetzt seit fast zehn Jahren durch die Gegend läuft und schreit, das ist alles wichtig, zu uns kommen Raketeningenieure, zu uns kommen nur Fachkräfte. Wir haben ja gar nicht so richtigen Wohnungsmangel, sondern wir brauchen die Leute ja, um Wohnungen zu bauen und so weiter und so fort. Und wenn ich mich jetzt hinstellen muss, zu sagen, alles, was ich jetzt über Jahre gesagt habe, ist falsch und war gelogen. Naja, das ist nicht einfach. Und das werden diese Leute auch nicht machen. Da bin ich fast davon überzeugt. Also, wenn, muss es da zum wirklichen grundlegenden Politik Wechsel geben und auch einen Wandel in diesen Parteien, dass da ganz andere Leute sitzen. Weil so wie die jetzt da sitzen, die sind auch alle mitverantwortlich für das, was passiert. Ja, selbst wenn dieser Wechsel passiert und die CDU zum Beispiel an die Regierung kommt, selbst dann ändert sich manchmal gar nichts, wie jetzt hier in Berlin. Hier hat der Senat jetzt den Vorschlag ins Rollen quasi gebracht, dass die, ich glaube, die landeseigenen Wohnungsgesellschaften, dass die halt vorschreiben, dass pro im Haushalt lebende Person man nur noch ein Zimmer beziehen darf. Das heißt, Singles dürfen nur noch in Einzimmerwohnungen leben, Ehepaare nur noch in Zweizimmerwohnungen. Wird das in Zukunft auch Zukunft in anderen deutschen Städten sein? Also je nachdem, wie sie regiert werden. Ja, werden das ja die Vorschläge sein. Also man sieht halt die blanke Not dieser Leute, die politisch verursacht worden ist. Und sie versuchen jetzt die selbstgeschafften Probleme irgendwie auf, sagen wir mal, ganz krumme Tour vermeintlich lösen zu wollen. Und die Leidtragenden sind alle Deutschen, alle anderen Einheimischen. Und das merken aber auch immer mehr Leute. Insofern bin ich ganz guter Dinge, dass, sagen wir mal, diese bittere Politik immer mehr Leute aber dann zu dem Punkt bringt und sagt, tut mir leid, schlau ist voll. Und jetzt muss ich trotzdem nochmal zur Angebotsseite kommen. Wir haben jetzt viel auch über die Nachfrage geredet, über die Flüchtlingszahlen und so weiter und so fort. Wenn diese Regierung denn tatsächlich sagen würde, wir wollen diese Flüchtlingszahlen gar nicht antasten, aber wir bauen dafür in wahnsinnigem Tempo überall und ermöglichen das und digitalisieren extrem viel, sorgen dafür, dass Bauen relativ günstig ist. Das wäre ja ein gangbarer Weg für die. Für uns nicht, wir sehen das anders, das muss man ganzheitlich anpacken, aber selbst für die wäre das ja eine Option. Aber auch da passiert ja nichts, weil da ist es dann nicht der Fremdenwahn, sondern der Klimawahn, der zuschlägt. Das heißt, ich habe an beiden Stellschrauben, an denen ich was verändern kann, bin ich ideologisch so vorgeprägt, dass ich gar nichts ändern möchte eigentlich. Und dann kommen so Schwachsinnsideen raus, da ich sage, ja gut, wenn ich nicht mehr baue und auch immer mehr Ausländer ins Land hole, dann muss ich jetzt natürlich Deutsche verdrängen, die in ihren Wohnungen leben oder muss die einpferchen und alle in eine Einzimmerwohnung sperren, damit ich doch irgendwas schaffen kann. Und das ist der Weg, der auf uns zukommt, wenn sich die AfD hier nicht durchsetzt. Oder ich kippe eben immer mehr mit Geld zu. Also ich kann ja auch irgendwie sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen mit Fördermaßnahmen, selber bauen und so weiter. Nur das Geld ist gar nicht da. Das wird gerade woanders verbrannt. Durchaus auch im Ausland, aber eben auch für irgendwelche Klimageschichten. Und deswegen wird auch diese Regierung demnächst gucken, wo sie eben, teilweise muss sie es ja schon, spart. Also das ist auch eine Frage, welche Prioritäten hat sie denn für die eigenen Leute? Weil das ist Politik. Keine für die eigenen Leute. Das ist nämlich Politik. Wenn man dann sagt, wir sagen zum Beispiel auch oft gerne, dann doch bitte Sozialwohnungen erstmal für Deutsche und andere Einheimische und nicht für Leute, die gerade erst hier gekommen sind, nichts beigetragen haben und mutmaßlich auch, die viele, viele nichts beitragen werden und dann sagt man dann von der Gegenseite, ja das instrumentalisiert und spielt die Menschen gegeneinander aus. Da sagen wir ganz gelassen, nein das ist Politik. Prioritäten, wenn ich knappe Mittel habe, und das ist immer so in einer endlichen Welt, dann muss ich halt sagen, für wen sollen sie da sein? Und wir sind dem deutschen Volk verpflichtet und so einfach kann es sein. Aber das haben die irgendwie auf der Strecke vergessen. Wir geben ihnen vielleicht noch eine Chance, also nächste Woche findet der Wohnungsgipfel statt am 25. Ja, ist auch ein Witz. Ja, Bundeskanzler Scholz wird jetzt öffentlich schon von Wohnungs- und Bauverbänden halt wirklich auch aufgefordert, das Ruder endlich umzureißen. Was erwarten Sie dann vom Ausgang des Gipfels? Die wollen mehr Geld. Die rufen mehr nach Geld. Nach viel, viel Geld. Und das Thema Nachfrage sprechen die auch nicht ein. Ich muss sagen, also Verbände generell, das ist ja die Erfahrung in den letzten Jahren, die wir hier gemacht haben, Verbände generell sind natürlich oft sehr nah an der etablierten Politik. Da gibt es oft Übereinstimmen, da gibt es viele mit Parteibüchern und so weiter und so fort. Aber wenn selbst diese Verbände, die an sich ja nicht allzu regierungskritisch sind, ich glaube, das darf man so sagen, wenn selbst da jetzt einige Verbände sagen, sie nehmen nicht mal mehr teil an diesem Gipfel, das kam ja heute Morgen, dass der eine oder andere gesagt hat, wir nehmen da nicht mehr mehr teil, weil es eigentlich eine Showveranstaltung ist, weil es dann nur um die Öffentlichkeitswirkung geht, so nach dem Motto, ich mache ja was. Dann sieht man, wie groß die Not wirklich ist. Und was soll dabei rauskommen? Also wir haben ja gerade über die Stellschrauben geredet, an denen man drehen könnte. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz sich nächste Woche hinstellt und sagt, naja, wir machen die Grenzen dicht, wir schieben millionenfach ab und wir sorgen dafür, dass alle Klimaschutzvorschriften zumindest mal gekürzt und eingedampft werden, sodass Bauen wieder günstig ist. Das wird was helfen. Du hast gerade auf Tietprogramm aufgezählt. Ja, jetzt sag ich ja. Ich glaube nicht, dass... Tietprogramm in neun Sekunden. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz das nächste Mal vorstellt. Das wären aber die Lösungen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Jetzt haben wir die ganzen Probleme beleuchtet. Was wäre denn die Lösung? Du hast gerade gesagt, ganz ehrlich, also wir reden mal von Angebot und Nachfrage. Letztendlich haben wir ja einen Markt. Das muss man ja immer nochmal so als Modell auch sagen. So wie auf vielen anderen Gebieten auch, sind Märkte, Angebot und Nachfrage. Dadurch entwickelt sich ein Preis. Und die Angebotsseite ist einfach langwierig und teuer, wie du richtig gesagt hast. Das funktioniert nicht. Selbst wenn man es wollte, ist die Frage, wer bezahlt es eigentlich? Dann zahlen wir alle wieder, oder der normale Steuerzahler, die Wohnungen für die ganzen Neu-Hinzugekommen-Den, richtig? Verständlich, ja. Die zahlen, kriegen aber die Wohnungen selber nicht. Also Angebotsseite, keine gute Idee, kriegen wir so schnell nicht hin. Nachfrageseite, einfachste Lösung. Richtig schnell sagen, grenzendicht, natürlich grundsätzlich, natürlich kommen auch Leute rein, aber eben nicht 100.000 jedes Jahr aus irgendwelchen Kulturräumen, die uns sehr, sehr fremd sind und die eben nichts beitragen. Und gleichzeitig schicken wir, und das ist auch Teil der großen Lösung, dass wir dann auch wirklich Millionen Leute nach Hause schicken. Eure Heimat braucht euch. In Syrien ist kein Krieg mehr. Also in Afrika, wo uns viele herkommen, übers Mittelmeer, die müssen klargemacht werden, ihr kommt nicht nach Europa. Ich schaffe, wenn ich drei Bote zurückschicke, eine Lösung für tausende andere, die gar nicht in den See stechen. Und das ist, man glaubt es kaum, eine Lösung für den deutschen Wohnungsmarkt. Und parallel hat man doch gerade jetzt in Thüringen gesehen, dass die AfD jeder sinnvollen Lösung positiv gegenübersteht, um für Deutsche oder um für Einheimische den Erwerb wieder möglich zu machen. Also wir haben auch hier im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt, Deutschland muss das Land der Eigentümer werden. Wir haben in Deutschland eine extrem niedrige Eigentumsquote im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern. Und natürlich ist zum Beispiel die Grunderwerbssteuer ein Riesenproblem für viele junge Familien, die kaufen wollen, weil sie müssen die Nebenkosten, sollten sie schon irgendwie als Eigenkapital haben, weil sonst die Bank sagt, naja, also meine Freunde, solltet ihr mitbringen. Und in Thüringen hat die AfD dafür gesorgt, dass die Grunderwerbssteuer jetzt zumindest mal gesenkt wurde. Auch das ist eine alte AfD-Forderung, die ist nicht neu. Die vertreten wir sowohl in den Ländern als auch im Bund. Die Grunderwerbssteuer für den Ersterwerb, also für selbstgenutztes Eigentum. Ich rede hier nicht von irgendwelchen Kapitalanlagen. Aber die muss auf null gesetzt werden. Dafür gibt es vom Bund an die Länder eine Ausgleichszahlung. Das wäre überhaupt kein Problem. Das wäre möglich. Und so unterstützen wir zielgerecht gerade junge Familien, junge Menschen, die sagen, jawohl, ich möchte mir ein Eigenheim leisten. Denen wollen wir doch helfen. Das sind doch die Leute, für die wir Politik machen. Ich mache doch nicht Politik für irgendeinen, der gestern über die Grenze gestolpert ist. Vielen Dank für das Gespräch.